Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erkälteten, erneuten Video auf meinem Kanal. Ich bin todeskrank, aber ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, der Video Party Boss hier auf Twitch zu sein und auch auf YouTube. Meine lieben Freunde, heute geht es um Duo Cash Cup Finals. Das ist das erste Mal von zwei Malen, wo wir jetzt schauen können, welche Duos sind richtig, richtig krass für FNCS. Wir haben ganz viele Deutsche, die qualifiziert sind, unter anderem Chap mit seinem Duo Vardial, mit seinem Duo Cheaps, mit seinem Duo Aqua und nur Rayleigh sind cold. Alles richtig geil, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Highlights. 5000 gibt es für den ersten Preisgeld, zeige ich euch gleich noch und dann würde ich sagen, vergesst nicht, Creator Code Amar jetzt einzutragen. Viel Spaß mit den Highlights, abwarten. Okay, 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 die haben noch sehr viele Mats. Bro will das Ingame-Feeling haben, ja, ja, ja. Oh! Digga, acht Leute nur noch live. Das macht er super. Nein! Was macht er da? Okay, er hat noch Mats. Er hat noch sehr gute Mats-Chat. Top 4, Top 4! Also Top 4. Schade. No, nice, Gato! Mama mia, jetzt habe ich meine Kämpfe kankt. Wenn du drauf bist, immer gut, Kirschchen. Martin, danke auch für den Dritten. Wie geht es dir heute? Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Aber passt. Ey, warte mal. Das war er im Logo und er war Top 3. Top 2, Top 2, Top 2. Okay, Top 2. Top 2, GGs. Oh, schön, Blatt, Karosch. Karosch, 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 Weed. Ich bin noch ein Blatt. Nice, Blatt. Karosch! Was heißt nochmal Karosch? Er ist halt wirklich im... Er spielt... Er ist in jedem Spiel. Komm mal ab, komm mal. Er ist ja der beste Spieler. Ja, okay, okay. Top 2, 20. Komm, komm mal ab, komm mal. Ja, es ist es. Guck mal, der Jogen kann nicht mehr atmen. Er hat irgendwie was auf der Nase, Chat. Kini, danke für den Prime. Komm mal ab, wir gehen. Oh, Valorant, Able ist ein bisschen zu wünschen üben. Nein, wir meinen. 50? Nein, nein. Mach das, Chat. Mach dir dann. 70? This way, this way. Oh, everyone, hey. Ja, wir haben... Hard match, hard match. He's coming up, he's coming up. Ja, nein, nein, nein. All good. Aber wusstest du, dass Marius und Gey sanggilt nach N.A gewusst haben, sind sie dich. Die haben gestern gespielt. Gestern gespielt und gechockt. This way, this way. This way, this way. No, 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 no. I'm good. Yes, yes, yes. Chat, die Schultern. Oh, mein Gott. Das war WIT. Ah, es ist GG. Wir haben nicht, wir haben nicht, wir haben nicht, wir haben nicht. Das ist GG. Komm, komm, komm. Yes, das ist schon. Wow, okay, ich bin prang, ich bin prang. Stay up, stay up. Okay. Du musst sparen, sparen, sparen. Pop ne Cola, pop ne Cola. Two, zwei, zwei. Ich popne Cola. Das ist ja, bei mir. Just, bitte. GG. Das ist GG. Back. Nice. Das ist GG. Ist ein GG. 1-Wil-2, Jett. 1-Wil-2. Er wird hochkommen. Oh. Hä? Badial? 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 No way. Harroosh, bro. Harroosh, Jett. Dabei, dabei. Schuss. Blatt, 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 blatt. Digga, der Mann spielt. Big, bro, big. Girls love my swag. Bitte, Badial. Halt's Maul. Nee. Nee, 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 nee. Das zählt nicht. Das zählt nicht, Jett. Zwei Wins mit jeweils über zehn Kills. Zwei Kills mit über zehn Wins. Also. Und war der halt zweiter gerade? Oh. Oh, jetzt ist es ein Rennen zwischen zwei deutschen Pferden, die jeweils mit einem ausländischen Mane spielen, Jett. Ey, ich sag ehrlich, wenn der FNCS gut spielt und bei der Viewing Party Next Level dabei ist, das ist auch nämlich wichtig, dann kann man ihn schon mal in die Familie aufnehmen. Kann man ihn echt. Weed auch richtig gut dabei, Top drei. Was haben die gerade geplaced? Oh, okay, jetzt höfter Platz. Ah, hier, da ist mein Detti. Wo ist ein Aqua? Wo ist ein Aqua, der Kelp? Oh, Malibuka ist aufgetaucht. Top sieben, äh, Top sieben mit acht Kills. Martin, danke für Tier drei in vier Jahren. Dafür mal W-Lews in den Chat. Yannis, oh, guck mal, aber Yannis streamt noch nicht mal. Wenn er so eine Performance hat, aber über tausend Zuschauer hat, das ist doch geil. Kann er, weiß ich nicht, Werbung schalten, etc. Aber so eine Performance und dann nimmt er hier 150 mit, ist doch, ist doch Quatsch. Auch hier, Noah, Aqua, fangt an zu streamen, Jungs. Fangt an zu streamen. Wo ist die Confidence? Dann wird es erstmal hier kurz in-game. Ist Bring-Back-Siphon, ne, Bring-Back-Siphon ist tot. Yannis ist noch alive. Weeho, Yannis! Was ist mit Chap? Boah, Chap und Tini sind auch noch alive. Ach, du Scheiße. Digga, die machen hier einen Rekord oder so. Gestern wurden sie erster Platz in den Overall-Standings-Chat, in den Opens. Mal gucken, was sie heute darauf machen. Wie geht's in einer neuen Wohnung voran? Gar nicht. Morgen kommen erst die Handwerker. Die wollten heute da sein. So, zeig mal her. Vaniac auf High-Ground. Und Tini geht auf den Low-Ground. Mit Chap zusammen. Die müssen bauen. Die müssen bauen. Was macht dann Tini da? Hä? Digga, wie hat sich eigentlich dieses Duo zusammengefunden? Chap und Tini, warum sind die so gut? Yannis geht down. Yannis und Mate geht down. Beide down. Oh, Suisi und Vaniac, Chat. Suisi und Vaniac auf High-Ground. Suisi und Vaniac auf High-Ground. Und sie wollen es contesten. Full Peace. Oh. Was? Was? Da holt sich Vaniac. Da ist noch ein Auf High-Ground. Da ist noch ein Auf High-Ground. Warte mal. Nein, die Cheaten. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt wissen wir, dass die Cheaten. Oh, die verbraten so viele Mets. Ja, sie haben einfach alles, Chat. Sie haben den Crossbow mit unendlich Munition auf High-Ground. Oh. Aber warte mal. Oh. Chap, check mal her. Ah. Ist ein GG. Ist ein GG, Engel, Chat. Top 11. Ja, wenn er jetzt hoch boostet, ist er tot. Okay, doch nicht. Ich habe Scheiße gelabert. Hä? Ah! Top 8! Er holt Top 8 raus. Ist ja doch irgendjemand in Live, den wir kennen. Nö. Nathan. Nathan kennen wir noch ein bisschen. Das ist in UK, oder nicht, Chat? So, 2v2v1 Situation, Chat. Wir haben allow it. Rash. Und Zainy. Und Wusch da als Solo. Ah, der ist dort. Der ist dort. Ah, never mind. Digga, der fuckt sich nochmal ab. Der fuckt sich nochmal ab. Der fuckt sich nochmal ab. Und jetzt haben wir Nathan. 13 kills. 13! Was? 1v2? Nathan mit dem 1v2, 15 kills. Okay, okay, okay. Wir müssen generieren uns die Bolle. Aspetta. No, noch nicht. Gib mir 3 builds. Gib mir ein paar. Okay. Lutz sopra di uns. Ein nur. 70. Warte. E3. Oh, kein Paz. Oh, kein Paz. Dove sei du? Firmati, fermati, fermati. Arrivo. Digga, was labert denn du voll Mads? Digga, jetzt holler Mads. Firmati, vini, vini. Läwati, 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 läwati. Tanto sopra. No, 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 no. Max, tieni. Okay. Tieni, tieni, den, faccio Polla. Okay, vini, Mazza, vini, Mazza. Okay, vai con i pugni, vai con i pugni. Das war Zaito gerade. Alter! Als ob Zaito so lange überlegt hat. Ich habe zuerst einen. Oh, Maz. Sehr smart gelöst. Mit Madkit in der Zone bleiben, danach mit Händen rein. Dann nochmal zwei Leute. Die Griezen, top 3 safe. Ich sage, das sind top 3. Ja, top 3 safe. Geil. Alles. 1v1v1. 1v1v1. What? Getolt. Top 2. 1. GG. No! Nice! Was? Der Gegner hat auch nur CNP. Alter! Top 2 rausgeholt. Und da holt er direkt Godzilla. Godzilla! We're back. We're back with the loot. Probe. 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 Cap dilenium. Cap dilenium. Cap dilenium. Dilenium is Holdshet. Set to sotto. Mi stay now sotto. Max, Max, Max. Box. Chill. Chill, chill, chill. Fati to shira. Vini, come me. Stay, come me. Ich hatte so geil, wo der Typ Box geschrieben hat, da hat man den einfach gar nicht mehr gehört. Okay, der Italiener Solo-Chat. Oh, war der alles tot? Wir müssen gucken, wo wir rangehen. War der alles tot? Das war's. Schade, die waren zwischenzeitlich erster Platz. Ja, ja, war hier. Kein mehr. Peace. Dead, dead. Geil. Chilliger, full peace. Einfach so nebenbei. Ich guck dann auch noch safe follow, ja. Ja, 80. Eine B. Pass auf, ja, ich bin los. Komm, ich bin hier. Wie viel Spaß hast du. Ich muss Cola poppen, ich muss Cola poppen. Ich rege es nicht, ich rege es nicht. Die anderen hoch, sie werden hochgehen. Mit Torts, nein. Okay, Digga. Bro, das ist einfach Transformer-Game plötzlich geworden. Real talk. Ja, GG's. GG's. Nein, auf dem 6. Malibuka ist noch alive, crazy. Bearstratsch. Kiva. Pedagamo. Waske. Pardosai. Bad Sniper. Und Slowkick. Was macht denn Waske da oben? Ach du Scheiße. Warte mal, die gewinnt, oder? Wollen sie jetzt nicht popeln? Er popelt des Todes. Er hätte das sich alles nicht nehmen müssen anschauen. Ja, GG's. Okay, Sloway und Triggs gewinnen die Runde mit 8 Kills. Ja, GG's. Ich finde es sehr schade, dass er nicht geschübt hat. Sehr, 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 sehr schade. Tini Bambini und Ciamparoni. Erster Platz. Der erste Duo Cash Cup, äh, äh, der Season-Chat. Und sie werden erster Platz mit 5000 extra Earnings. 5000 einfach so. In ihre Tash. Sehr, sehr krass dominiert. 70 Punkte Abstand zum zweiten Platz. Nathan, den wir auch zugeschaut haben, das ist der zweite. Pinks auf der 3. Pedagamo, hier der Italiener, auf der 4. Und der nächste Deutsche ist tatsächlich Cheaps und Turtle. Dann kommt Vaniak-Sweezy, unserer FNCS-Winner. Weed und Lushi. Vadial und Saito. 13. Platz. Dafür, dass sie nicht zusammen eingespielt sind, sehr gut. Trotzdem sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. So. Erster Schmalli-Buka 23. Yannis 30. Das ist crazy. Und keine Earnings-Chat. Für Skyf, als aber auch für Aqua und Noah Rayleigh. Dafür gibt es keine Earnings. Nur Top 40 kriegt Preisgeld. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Ich bin Quats, Weiß. Ich sehe alles nur in Farben. Nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen. Nie mehr Hard Times. Hard Times.